Stanislaw Wiespianski war ein polnischer Künstler und Angehöriger der Bewegung Junges Polen. Während eines Studienaufenthalts in Paris wurde er durch den Art Nouveau beeinflusst, aber auch durch die Begegnung mit Künstlern aus dem Kreis um Paul Gugge. Ebenso wurde er wahrscheinlich über Stanislaw Pribiszewski mit der Malerei des Norwegers Edward Mantsch bekannt gemacht. Wiespianski war als Maler und Zeichner tätig und entwarf Ornamente, Bühnendekorationen und Glasfenster. Zuletzteren zählen beispielsweise die Fenster der Franziskanerkirche in Krakau. Darüber hinaus verfasste er mehrere Theaterstücke, in denen er Themen aus Mythologie und Sagen, aber auch aus der polnischen Geschichte verarbeitete. Die Werke Wiespianski sind heute in vielen polnischen Museen zu finden, unter anderem im Wiespianski Museum in Krakau. Wesle Sein wohl bekanntestes Stück ist Wesle von 1901. Dieses basierte auf der im Jahr zuvor tatsächlich stattgefundenen Hochzeit seines Freundes. Lucian Reidel mit einer Bauern-Tochter aus einem Dorf bei Krakau und rief bei seiner Uraufführung einen Skandal hervor. 1973 wurde Wesle von Andrzej Weider verfilmt. Das Drama in drei Akten wurde 1976 von Henrik Bereska und 1992 von Karl Dedicius übersetzt. Im ersten Akt treffen sich in der Bauernhütte die einfachen Bauern mit den Künstlern aus der Krakauer Bohem. Im zweiten Akt erscheinen plötzlich zwischen den Hochzeitsgästen historische Gestalten aus der Vergangenheit Polens, die eine bittere Abrechnung mit der Gegenwart machen. U.A.R. Der Hofnarr der polnischen Königestang schickt der verräterische Großhetmann der polnischen Krone Franziszczek K.S.A.W. Riebranicki. Der legendäre schwarze Ritter Zawis Achani von Gabo, der Anführer des blutigen Bauernaufstandes 1846 Jakobs C.L.A. Der legendäre ukrainische Prophet Werni Hora und der früh verstorbene polnische Maler Ludwig Dela Wuchs. Der Hausherr ruft zum Volksaufstand auf, aber der Dorfjunge verliert das von Werni Hora gebrachte goldene Zauberhorn. Am Ende des dritten Aktes erscheint ein in Stroh umwickelter Rosenstrauch mit einer Geige in der Hand eine vieldeutige Symbolgestalt, der die Hochzeitsgäste zum hypnotischen Tanz führt. Ganz unerwartet wurde das Stück, das ursprünglich für den engsten Kreis der Freunde aus der Krakauer Bohem bestimmt war. Zu einem der wichtigsten Dramen der polnischen Literatur, die virtuos geführten Dialoge, wurden zur Quelle noch immer gebräuchlicher Redewendungen. Allein schon die ersten Worte Kostam, Pani, Wepolitice, Czinski, Tatschimajasimokno, werden oft zitiert. Werke, Theaterstücke, Wasa, Wianca, Weimar 1829. Wesele, die Hochzeitdrama in drei Akten. Aus dem polnischen Übertragen und herausgegeben von Karl Dedicius, Frankfurt am Main. Die Hochzeitdrama in drei Akten. Aus D. Poln, Übers U. Nachdichtung von Henrik Bereska, mit T. Essay von Thaddeus Bojelenski. Mit Farbfotos aus dem Film Die Hochzeit von Andrzej Weider. Leipzig, NOC, Listo, Padova, Akropolis, Skalka. Glasfenster-Entwürfe für die Kirchenfenster der Krakauer Franziskaner Kirche. Entwürfe für Glasfenster, die im Wiespianski Pavillon 2000 am Allerheiligen Platz in Krakau zu sehen sind, dargestellt sind der HL Stanislaus, der HL Kasimir und Heinrich II. von Schlesien. Punkt, 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 Museen und Monumente. Im Sollejschi-Wohnhaus in der Kanonica Straße 9 in Krakau findet sich seit 28. November 1983 die Kasekunden Wiespianski Museum Krakau. Als Zweigstelle des Krakauer Nationalmuseums. Am Wies-Züstkirch-Wietch-Platz in Krakau wurde 2007 der Wiespianski 2000-Pavilien enthüllt, wo drei von Wiespianskis Glasfenstern ausgestellt sind. 1996 wurde anlässlich des 50. Jubiläums der österreichisch-polnischen Gesellschaft an der Fassade des Hotel Nordbahn auf der Praterstraße 72 im 2. Wiener Gemeindebezirk Leopoldstadt eine Gedenktafel für Stanislaw Wiespianski enthüllt. Die an Wiespianskis Verbindung zur Wiener Sezession und seinen Aufenthalt im Hotel Nordbahn im Sommer 1904 erinnern soll, wo Wiespianski sein dramatisches Fragment Weimar 1829 verfasste. Gegenüber dem Hauptportal des Krakauer Nationalmuseums in der Allee Jahr 3 Mayer Straße steht ein Monument für Stanislaw Wiespianski. Am 28. November 1982 enthüllt, das Jahr 2007 wurde vom polnischen Sejm zum Wiespianski-Jahr ausgerufen. Film Stanislaw Wiespianski in der Internet-Movie-Database Wesel in der Internet-Movie-Database Film 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 Film